Viele, er hat viel Erfahrung gesammelt, zehnmal bei Ratamossal vom Wolkenstein Ritt mit dabei, zehnmal beim Verschneiderritt in Mölten, viermal beim Epana Burgenritt und hat auch andere verschiedene, kleinere und größere Reitoneere gemacht mit dem Quartarraber Mix. Elf Jahre alt ist dieser Wallach. Ja, und sehr, sehr schnell unterwegs Andreas Mulza ausseist mit Jimmy, diesem elf Jahre alten Quartarraber Wallach. Und schon geht's wieder zurück und wir sind bei 0,48.